Wer bei Amazon nach chinesischen Marken wie RAV Power, Aoki oder Tautronics sucht, der wird nicht mehr viel finden. Die Marken hat Amazon schon vor einiger Zeit aus dem gigantischen Online-Store verbannt. Jetzt aber das. 3000 andere Händler aus China sind jetzt auch gelöscht worden. Dahinter stehen 600 Produkte, weil sie gegen Bewertungsregeln von Amazon verstoßen haben sollen. Was die Händler versuchen dagegen zu tun und was das für euch als Kunden bedeutet, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, in dem wir immer regelmäßig, eigentlich jeden Tag juristische Themen präsentieren und für euch mundgerecht aufbereiten. Würde mich jedenfalls freuen, uns als Abonnenten begrüßen zu können. Schon vor einiger Zeit hat Amazon große Produktanbieter rausgeworfen, die vor allen Dingen bei Bewertungen manipuliert haben sollen. Und da gibt es so namhafte Marken wie RAV Power, VAV, Fava, Tautronics oder Aoki. Und Notebook Check hat schon vor einiger Zeit mal darüber berichtet und haben dann aber gesagt, zumindest Aoki will sich nicht mehr so einfach rausfinden, denn Amazon.de kann eine Websitecam erworben, wenn die eindeutig Aoki-Logo trägt. Das habe ich mal versucht nachvollziehen, zu vollziehen. Auch das geht jetzt nicht mehr. Wenn man also hier Aoki bei Amazon sucht, dann findet man derzeit nicht verfügbar, derzeit nicht. Und ich habe auch so ein Kabel zum Beispiel von denen, nicht verfügbar, derzeit nicht verfügbar, derzeit nicht verfügbar, nicht verfügbar. Also alles, alles nicht verfügbar. Brutal natürlich für den Händler, nichts davon ist verfügbar. Guckt mal nach RAV Power, da gibt es nichts von nicht verfügbar. Da werden direkt andere Produkte angezeigt als die Ladegeräte von RAV Power. Allerdings, wenn man die URLs noch kennt, kommt man teilweise doch noch an Produkte von Aoki dran, wie hier zum Beispiel ein Inheris, aber auch die sieht man hier nicht verfügbar, obwohl Aoki hier nirgendwo drin steht. Das heißt, Amazon ist jetzt hier sehr, sehr viel härter vorgegangen. Auch nachdem man hier Notebook Check das teilweise noch umgehen konnte, ist jetzt auch die Umgehung raus. Und noch heftiger, das ist eine ganz aktuelle Meldung vom 17. September aus der South China Morning Post. Amazon closes 3.000 Chinese Brand Online Stores in campaign against fake reviews. Das ist also ganz aktuell. 3.000 chinesische Brand Stores sind geschlossen worden und dahinter stehen 600 unterschiedliche Brands. Und es ist natürlich zu vermuten, dass diese Brands dann auch entsprechend rausgeflogen sind aus Amazon. Das ist natürlich richtig heftig. Das sind teilweise Produkte, mit denen Millionen Umsatz gemacht worden sind. Aber Amazon wirft den Produkten vor, dass sie die Bewertungen gekauft haben, dass die Bewertungen nicht korrekt waren. Und das eben entsprechend wird von Amazon sehr, sehr hart geahndet. Ich habe mir das Ganze mal näher angeschaut, habe mal geguckt, was sind denn die Voraussetzungen für eine Bewertung auf Amazon und seit wann sind Bewertungen verboten? Also, wir haben seit 2016 das Verbot anreizbasierter Bewertungen. Das heißt, Amazon sagt, immer dann, wenn ihr einen Anreiz bekommt für eine Bewertung, dann ist das verboten. Da sind drin Verbot von Bewertungen, nachdem man kostenlos ein Produkt bekommen hat oder einen Geschenkgutschein oder Rabatte oder Geldzuzahlungen. Oder es ist verboten, sie bieten kostenlose oder reduzierte Produkte oder andere Vorteile an und behalten diese in Zukunft ein, je nachdem, ob der Kunde eine Bewertung schreibt oder nicht. Das heißt, das ist eine weitere verbotene Art. Sie verwenden einen Bewertungsservice, bei dem fortlaufend die Mitgliedschaft des Bewerters vom Schreiben von Bewertungen abgehängt. Also alles, was damit zu tun hat. Oder man hat da versucht, bei negativen Bewertungen den Kunden dann anzurufen und zu sagen, hier, dann mach doch bitte die Bewertung rückgängig und du kriegst dann das Produkt umsonst. All das ist schon seit 2016 verboten. Es sei denn, es sei denn, das sage ich euch jetzt hier auch, man nutzt das Amazon-Wein-Programm. Das ist das Amazon-Wein-Programm Club der Produkttester. Beim Club der Produkttester geht es sehr wohl, da können sich Händler registrieren und diese Händler können dann kostenlos über das Amazon-Wein-Programm Produkte verschicken. Das Problem ist, dass das nicht für irgendwelche Zubehörteile gilt, wo man beispielsweise, bräuchte man irgendwelche Dartpfeile für eine bestimmte Dartscheibe, kann man die Pfeile da nicht einstellen als Händler, weil das würde ja voraussetzen, dass die Kunden auch immer dann entsprechend diese Dartscheibe haben. Deswegen kann man nur für ganz bestimmte Produkte Amazon-Wein nutzen. Also das ist die einzige Möglichkeit, wie man als Händler da jetzt noch reinkommt und kostet aber pro Produkt, was man testen lassen will, 170 Euro plus. Man muss das Produkt verschenken. Also bei großen, teuren Produkten nicht so einfach. Und es wird auch gekennzeichnet, dass es eben ein Amazon-Wein-Review ist. Außerdem geht es nur, wenn man noch nicht mindestens 30 Reviews hat. Also das passt überhaupt nicht auf das Modell der Chinesen. Deswegen haben die versucht, hier über WhatsApp-Gruppen günstig Produkte anzubieten oder kostenlos Produkte anzubieten. Das läuft in der Regel so. Ihr kauft das Produkt, ihr schreibt die Bewertung, ein Produkt für 40 Euro, kriegt dann den Produktpreis, wenn die Bewertung gut ist, im Nachhinein erstattet. Und Amazon hat das schon im letzten Jahr entdeckt. In Großbritannien wurden 20.005-Sterne-Bewertungen gelöscht. Da haben die also angefangen, erstmal nur die Sterne-Bewertungen zu löschen. Aber jetzt geht es eben weiter. Die löschen die ganzen Brands. Und das ist natürlich nochmal ein ganz neuer Fall. Apropos Bewertungen löschen, da möchte ich euch etwas ans Herz legen. Nämlich unseren YouTube-Kanal WBS Die Experten. Und da ist mein Kollege Kilian Koste Experte für alles rund um Amazon. Also wer WBS Die Experten noch nicht kennt, da gehen wir richtig in die juristische Tiefe. Der sollte da unbedingt vorbeischauen. Auch da gibt es natürlich eine Menge guter Videos, wie ihr hier seht. Die sind noch juristisch viel, viel tiefer als diese hier. Also für die Nerds unter euch, WBS Die Experten. Und da haben wir dann eben auch solche Sachen wie Amazon und Produktbewertung, was es erlaubt und was nicht. Deswegen hier in Kurzform noch die rechtlichen Implikationen von Produktbewertungen. Im Wettbewerbsrecht in Deutschland ist es so, immer dann, wenn man eine Gegenleistung bekommt, dann muss man auch kenntlich machen, dass diese Bewertung nur für eine Gegenleistung geschrieben worden ist. Es ist unter Juristen noch umstritten, ob ihr es auch kenntlich machen müsst, wenn ihr ein Rezensionsexemplar bekommt, meinetwegen irgendein kleines ferngesteuertes Auto und es offengelassen wird, ob ihr positiv oder negativ bewertet. Ob ihr es dann auch kennzeichnen müsst. Das ist umstritten. Ich meine, wenn das Produkt sehr teuer ist, tendiert man ja dazu, positiv zu bewerten. Insofern glaube ich, dass man auch dann ranschreiben muss, diese Bewertung habe ich nur deswegen geschrieben, weil ich ein Produkt bekommen habe. Selbst wenn sie negativ ist, müsste man es dann ranschreiben. Also da gibt es hohe Kennzeichnungspflichten, aber bei Amazon geht es sowieso nicht, ob mit oder ohne Kennzeichnung. Amazon verbietet es Händlern einfach so vorzugehen und das wäre eben ein Wettbewerbsverstoß, wenn die das so machen. Und deswegen kann man natürlich sagen, dass man hier als Händler die schlechten Karten hat, falls man so an Bewertungen kommen will. Es gibt insofern nur noch eigentlich zwei Möglichkeiten, überhaupt an Bewertungen zu kommen. Erstens, ihr könnt den Amazon Wine Club nehmen, den habe ich euch gerade vorgestellt. Und zweitens, es gibt neuerdings so automatische Bewertungs-E-Mails. Das heißt, ihr könntet Kunden auffordern, eure Produkte zu bewerten, wenn die vorher was bei euch gekauft haben. Da allerdings auch wieder beachten, dass so eine E-Mail, da braucht man vorheriges Einverständnis. Da sagt Amazon, kein Problem, wir machen das ja in eurem Namen, liebe Händler. In unserem Namen, im Amazons Namen. Ihr seid geschützt. Aber ehrlicherweise, ich glaube, dass diese Bewertungs-E-Mails von Amazon illegal sind. Denn vor Vertragsaufnahme muss Amazon darauf hinweisen, dass nachher Bewertungs-Mails kommen. Und das müssen sie auch sehr, sehr deutlich machen. Fakt ist, jetzt sind erstmal tausende Shops weg. Hunderte Produkte vom Markt verschwunden, hunderte Marken vom Markt verschwunden, die sonst aus China kamen, weil sie sich die Bewertung gekauft haben. Das wird den Markt nochmal ordentlich durcheinander rütteln. Kann aber sein, dass jetzt einfach die Kreativität der Händler nochmal steigt und dass jetzt noch mehr versucht wird, sich solche Bewertungen zu kaufen. Das ist also wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel. Ein Katz-und-Maus-Spiel ist es übrigens auch. Nur als Hinweis vielleicht für alle von euch, die mal abgemahnt worden sind, wenn es ums Thema File-Sharing geht, habt ihr mal irgendwas getauscht im Internet, dann hier der Hinweis, wir vertreten 70.000 Betroffene in den Tauschbörsenverfahren. Bleibt auch ein Kumpel, der da mal was runtergeladen hat. Wir verteidigen die Leute das nur, damit ihr es mal gehört habt. Aber erstmal kurzes Update. Bei Amazon sind jetzt sehr, sehr viele Marken verschwunden und die sind auch wirklich weg. Amazon hat richtig aufgeräumt und für Jungs wie RAV oder RAV Power oder Auki ziemlich hart. Von denen habe ich nämlich auch einige Produkte, muss ich sagen. Das heißt, sie sind einem schon sehr in den Vordergrund gerückt und jetzt sind sie aber ganz, ganz weg von Amazon und das dürfte die hart treffen. Wir werden das weiter hier beobachten und wenn ihr jetzt noch Bock habt auf mehr, schaut auf alle Fälle bei den Experten vorbei. WBS, die Experten, hier einfach mal bei YouTube suchen, falls ihr die noch nicht kennt. Sei euch das wärmstens ans Herz gelegt. Würde mich freuen, wenn ihr euch auch noch meine Kollegen anschaut. Ihr lernt auch noch ein paar andere aus der Kanzlei kennen. Ist doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ansonsten hier noch zwei Videos, die euch die Zeit bis morgen überbringen könnten. Da gibt es nämlich hier auf dem Channel die nächste gute Videos. So gut sind, erscheint ihr dann ja. Tschüss und bis dahin.